Also heute gibt es Hönn. Also der Geruch, mir wird es leicht. Boah, ich muss ein bisschen beiseite gehen, damit ich nicht her... Boah, ehrlich gesagt, ich möchte mich leicht übergeben. Nee, danke. Ja, ich will nur noch mal zeigen. Es ist also noch hier Hönn da, gell. Wer noch was will, der kann ja noch was haben davon. Ich habe extra kein Hönn gegessen.